Wir bitten jetzt wirklich alle zu lächeln, also wenn die Kamera auf euch zeigt, bitte euphorisches Lächeln. Denn wir begrüßen euch jetzt offiziell zum großen Herzfest der Volksmusik. Hier in diesem wunderbaren Festzelt, wir haben jedenfalls mehr Hits mitgebracht, denn der Begriff Volksmusik, das ist die dehnbare Musik, die vom Volk gehört wird, ihr seid das Volk, wir sind die Musik, das heißt alles was wir heute spielen, passt ins Programm. Und so schließt sich der Preis, Freunde, wenn wir jetzt einen großen Welttipp vom Stapel lassen, der das Motto für heute markiert, die Musik von einer Frau, die ihr vielleicht kennt, Wanda Jackson, die erste Dame, die es gewagt hat in der Männerdomäne der Rock'n'Roll-Ära in den 50er Jahren. Rock'n'Roll-Musik aufzunehmen, wir durften sich schon diverse Male treffen und die Bühne teilen, da sie heute nicht mit ist, spielen wir ihren Song. Let's have a party!